und willkommen zurück zu der last guardian der zweiten folge so das erste haben wir jetzt eigentlich geschafft wir haben schon befreit den das komische wolper dinger den trikot jetzt haben wir schon so schild geschnappt und so schauen dass jetzt mit dem schild machen müssen jetzt mal einfach mal zurück und dann schaue ich mal was wieder machen können mit dem schild jetzt vielleicht ist eine art waffe oder dass ich dem wieder befehle geben kann ich weiß es nicht das schauen wir uns jetzt einfach an der pennt oder was jeder anscheinend angst davor seine augen leuchten so komisch ich wollte da hinten gab es doch nämlich so eine tür vielleicht kann man irgendwie drauf strahlen oder so das war da hinten diese tür ah ok der blitz der beim schweif des series ausklingen überrascht mich sehr könnte er wirklich vom spiegel gerufen worden sein ok das ist nämlich offen ok so schauen wir mal durch doch trotz der grüssel geschichten hatte ich keine angst kein bisschen boah legt der konnte wirklich hinterher ich habe ja schon wieder die knöpfe verwechselt auf geht's komm komm mein panzer ok was ist hier da schaut es aus ich würde es gleich kaputt machen können ok ok schieß nein machst du denn sollte drauf schießen mich sollst du nicht schießen mensch ich bin jetzt einfach mal runter ok schwimmen kann er auf jeden fall schwimmen kann er auf jeden fall alles klar alles klar ich bin runter komm da würde es rentierlich auch weiter gehen gehen wir mal hier weiter gehen wir mal hier weiter ok springen springen ok hier das friszi frissi Hier oben, glaube ich, geht's hier eigentlich nicht weiter, gell? Nee. Greifen. Können wir bestimmt da runterschmeißen, geht's kaputt. Okay. Was macht ihr denn? Nein. Okay. Geht hier noch was? Ja, bitte. Okay, dann geh ich mal sowas. Okay. Dann musst du herkommen. Boah, alter. Okay, und wir gehen, die anderen fressen, die fress ich auch noch. Okay. 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 Was ist das? Nicht spielen, fressen. So, geht doch, da müssen wir jetzt bestimmt dahinten weiter, der hat bestimmt keinen Hunger mehr. Ne, komm jetzt. Nein. Ich muss mir helfen. Ich bin... Was ist da los? Hoch da. Spring. Lass mich doch dran, Mensch. Sorry, Kerr. Okay, die Störung ist ein bisschen hakelig, muss ich sagen. Aber naja, schauen wir mal weiter. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Und... Ich bin... Ja, Akustiata! Tuiko! Iadiano Getty! R.I. Iadiano Iadiano Wir waren der feuchten und dunklen Höhle entkommen und einem Ort gelangt, den ich noch nie gesehen hatte. Du kannst nicht fliegen, sind deine Vögel gebrochen? Boah, so ein Gras ist schon krass gemacht hier. Okay, ist anscheinend mit in dem Lager, also in dem Nest von dem Trikot. Den werden wir bestimmt noch mehrere sein, denke ich mir. So, schauen wir mal, wo wir lang müssen. Hier geht auf jeden Fall meine Trebi runter. Dann werde ich nicht weiterkommen, oder? Oh, ich siehste überhaupt nicht, also das ist glückgemacht mit der Kamera hier. Boah! Okay. Ich weiß ja nicht... Ich weiß immer noch nicht, was das Spiel kann, was man überbrücken kann an Distanzen oder sonstiges. Ich hangel mich jetzt einfach mal. Oh, okay. Hier kommt jetzt glaube ich nicht weiter. Der Sterling ist wirklich ein bisschen hakelig. Kann ich mit dem vielleicht irgendwie drauf? Da springt der ja irgendwo hin. Wie ist das jetzt doch nicht, oder? Oh! Oh! E-Leon! ok ich habe keinen plan was ich hier machen muss kann man das auch irgendwie scheiße hier siehst du überhaupt nichts hier glaube ich könnte was sein oder vielleicht springt er darüber erstmal hochgehen ok triko los spring los nein was alleine machen hier wie soll ich rüber gehen hier kommen wir nicht hoch hier dann schon so ketten aber ok da würde ich nicht runterfallen dann wäre ich ziemlich schnell down ok bis jetzt noch alles menschenleer aber das ist ja auch das nest von dem viel hier normalerweise dürfte ja auch keiner umrennen so da müsste es eigentlich kaputt machen können so 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 das ist im Prinzip schon verstanden jetzt. Dann machen wir den hier hoch. Okay. Trico, komm! Komm! Okay. Ich weiß ja nicht, gibt es hier Bosse oder irgendwie sowas? Gibt es hier Gegner? Kein Plan. Jetzt ziemlich weit runter. Wo ist Trico? Trico! Okay, er ist da. Der kommt ja anscheinend nicht durch, muss ich vielleicht irgendwie ein Tor eröffnen oder sowas. Da sind schon Kletterpunkte. Vielleicht kann ich auch wieder da rauf springen. Ich probiere jetzt mal da rüber zu... Ach du Scheiße. Okay. Da kann ich schon mal nix machen. Schaut aber trotzdem auf, weil der Raum... Ich hab da noch nicht ganz... ...durchgeschaut. Okay. Hier geht nix. Hier ist noch was. Geben wir hier mal hoch. Hier hängt irgendwie was zum Fass zu sein. Kann ich jetzt wegräumen? Nee. Okay. Hier geht nix. Ich weiß nicht, wie oft ich ihm was zu fressen geben muss. Ob der dann irgendwann keinen Bock mehr hat, mir zu helfen, wenn der Hunger hat. Oder eben nicht. Jetzt warte mal, wenn ich den jetzt hier hochhole. Kommt der zurück? Kommt der vielleicht hier hochgesprungen? Ah. Sehr cool. Hier bin ich. Komm hoch, komm. Komm her. Komm her. Ja Baby. Okay. Dann komm mit. Das mach ich gleich mal. Probier ich das mal aus gleich. Weil der das kaputt schießt hier. Achso. Okay. Mal legen draufklemmen. Oh. Sehr gut. Das Fass. Nimm das Fass halt. Komm. Was ist jetzt los? Du. Du bist jetzt hier mit. Ja. Nimm das Fass. Ich coi. Ich coi. Ich coi. Ich coi. Ich coi. Ich coi. mei frisst doch jetzt was sagst du denn komm bitte gehen wir hier runter und da oben nicht fressen mag es geben wir runter so jetzt aber kommt geht doch das baller wird zoll kaputt kommen Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Da oben will ich hin, komm. Ah. Okay. Ich gehe mal hier lang. Ich habe einen schönen Kletterpunkt zu geben. Nein, nicht wegrennen. Hierbleiben. Jetzt komm. Okay, Leute. Ich würde sagen, fast schon wieder eine halbe Stunde. Wie es dann weitergeht, schaltet ein. Da verpasst du nichts. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Oder auch über einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Servus, euer Andi.